Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles. Na, aber nicht der hat später anliegt. Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger? Ja, und heute ist es. Oh mein Gott. Ja, ich gratuliere. Oh mein Gott. Ähm, kann ich dir trotzdem acht später anliegen? Du bist erreichbar. Ja, okay. Dann, ja, dann viel später. Tschüss. Maiko, so haben Sie Kassner, was Sie? Liebe, ciao. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020